Sind die Ahbahs Guffar? Nein. Die Ahbahs sind nicht Guffar, aber die sind Dullal. Die sind auf dem falschen Weg. Aber dass man sie vom Islam ausschließt? Nein. Vielleicht einige übertreiben von Ahbahs oder von den anderen. Aber dass man die Leute vom Islam ausschließt, das ist nicht unser Weg. Nicht unsere Methode. Wir sind nicht wie die Ahbahs. Die Ahbahs schließen die Muslime vom Islam aus. Ja? Aber wir nicht. Weil wir Regeln haben nach Koran und Sunna. Wir können niemanden vom Islam ausschließen, außer dass wir die Aufklärungsarbeit leisten, dass die Bedingungen vorhanden sind und die Hindernisse nicht vorhanden sind.